Wenn man ein Paket von Hermes erwartet. Nach zwischen 13 und 15 Uhr kommt mein Hermes-Paket. Na dann weiß ich ja, was ich in den zwei Stunden mache. Genau hier sitzen bleiben, damit mir der blöde Paketbote nicht wieder sagen kann, dass ich nicht da war. Erste Etage? Wie sehe ich aus? Also Erdgeschoss hätten wir uns auch unterhalten können, aber erste Etage machen wir nicht. Na dann machen wir einfach ein Zettelchen ran, ne? Obwohl, hier steht, wurde beim Nachbarn abgegeben, ich hab das Paket da nicht mal bei. Wir stellen die Riffung überprüftlich zu, na klar. Dann nehmen wir den. Wir konnten sie leider dreimal nicht antreffen. Ach ja, passt schon. So passt das. Am Anfang, ich habe einen Job. Neola. Sie waren leider nicht zu Hause, wir konnten sie nicht antreffen. Genau.